Im Zweijahresrhythmus veranstaltet der Modellsportverein Arlberger Adler die weit über die Landesgrenze hinaus beliebte Flugshow. Wir veranstalten das traditionell im Zweijahresrhythmus. Heuer haben wir das Glück, dass die Wettervorhersage natürlich perfekt ist für uns und haben uns natürlich auch entschlossen mehrere Programmpunkte bemannt einzubauen. Danke nochmal an die Landesregierung und an die Austro-Kontroll, die uns das ermöglicht haben, dass wir dem Publikum heute wirklich eine tolle Veranstaltung bieten können. Insgesamt sind bei der 18. Auflage 35 Piloten aus dem In- und Ausland angereist. Präsentiert wurden Segelflieger, Motorsegler, Motormaschinen, Helikopter und sonstige Kunstflugmodelle. Wegen dem schönen Wetter und wegen St. Anton. Ne, 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 ich bin von Brunnen, das ist zentral gelegen in der Schweiz, Vierwoldstädtersee. Und wegen dem Anlass. Ich kenne Michael Kimmerer schon seit vier Jahren und er hat mich angefragt, ob wir auch dabei sind. Weil es eher eine Seltenheit ist, mit dem K-Max zu fliegen. Die gibt es nicht zu kaufen. Man muss das alles selber bauen. Etwa in drei Jahren Bauzeit. Das sind etwa umgerechnet zweieinhalbtausend Arbeitsstunden. Es ist erstens mal auf heimischem Boden, weil ich bin sonst immer meistens im Ausland unterwegs. Ich war vor einem Monat, wo ich im Baltikum oben fliege, ich war schon sechsmal in Indien drüben fliegen. Und ich werde auf der Welt hingebucht, wo ich gerade, wo es mich gerade braucht. Und dass es mal etwas auf heimischem Boden ist, ist es für mich besonders unter Seltenheit leider. Mit jeder Flugdarbietung ist ein großer Aufwand verbunden. Das, was ich dort sage, ich mache ungefähr so zwischen 800 und 1100 Flüge im Jahr, dass ich auch mein 3D-Kunstflug-Level halten kann. Aber es gibt auch Piloten, die können 200 Flüge machen im Jahr. Es ist ja je nachdem, ob wir aufs Talent dahin sehen. Ja, die ganze Technik und das Steuern, man hat nie ausgelernet. Ich kann es immer noch nicht beferkt. Vielleicht haben Sie bemerkt, die Landung war ein bisschen holprig. Es musste schnell gehen, weil das Gelände ist leicht schief. Und das ist sehr empfindlich, der Kamax, wenn nur ein Bein am Boden ist und die Nase möchte sich dann in den Wind drehen. Dann habe ich ein bisschen geschludert beim Landen, damit es nichts passiert. Veranstalter und Gäste zeigten sich gleichermassen begeistert vom Flugtag 2019. Die gegenseitige Kameradschaft, dass man sich gegenseitig hilft, gegenseitig besucht, Aufrechterhaltung der Kameradschaft, das ist eigentlich das, was toll ist. Gegründet wurde der Modellflugverein am Arlberg 1983. Neben der Flugshow gibt es noch weitere Highlights. Wir machen im Zweijahresrhythmus unseren Schauflugtag, machen jährlich unsere Heli-Woche. Da haben wir heuer das 10-jährige Jubiläum gefeiert. Mitglieder haben wir mittlerweile 24 aus dem Bezirk Landekonimst. Das geht bis ins Ötztal hinein, also nicht nur lokal da in der Gemeinde, sondern wirklich regional. Wir sind auch selber viel unterwegs. Wir sind unterwegs in der Schweiz bei verschiedenen Veranstaltungen, im deutschen Raum, also in Süddeutschland, in Österreich. Das geht sogar bis nach Frankreich und nach Spanien, wo wir uns zeigen. Und nicht zu vergessen, die Heli-Treffen in Italien. Das geht bis nach Frankreich und nach Frankreich und nach Frankreich. Das geht bis nach Frankreich und nach Frankreich. not Frankreich und nach Frankreich zukünge == Untertitelung des ZDF, 2020